Ich habe eine neue Idee. So, endlich. Du hast mir mal streamt, du flut, das kann doch mal hin. Okay, lass das richtig. Ich finde ja keinetwisch. Hm. Oh, zack! Äh, dann auch. Die stäht mich. Äh. Du streamst nicht gut? Nee, am Moment nicht. Okay. Ich will gerne ein bisschen. Ich baue Wester und das. Aus langweilig am Stream. Langweilig nicht so gut sein, aber. Nee. Ich freu mich knapp, dass ich die Hackerwischgrenze habe. Ich bin ein Fuchgegal. Ich spür. Ich würde gerne löcheln. Ja, ich weiß. Ich schläft natürlich noch davon. Hört mal, Katze. Ich habe schon 192 Basilikum gehabt. Ui. Das ist ja wirklich traurig, gell. Ich muss auch mal mehr Basilikum pflanzen, halt bei mir, du ihm. Das gewitze, also Basilikum hilft, dass kein Herzblenden. Ja. Das ist ja wirklich. Ja. 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 Es ist ja so durch. Und jetzt vor mir. Ja. 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 Ja, das reicht erst mal. Irgendwie. Ich will auch einen Hacksetzen. Oh, Beppo, das Spiel habe ich ein bisschen nervös. Wie werde ich meinen Hacksetzen bekommen? Ah, Junge, geht mal nicht um Neurenheit. Was spielst du? Mein Mann. Zwei. Cartschwand ist wie man. Ich springen zwar nicht viel, als Klang und Zuschauer. Doch, all Zuschauer zählt. Entschuldigung noch mehr und Info noch mehr. Schleiße. Enger Spieltrag, mit Leuten, die wollen, Spannter können noch 4. Spannter. Das ist eine gute Idee. das könnte auch immer spannen für die haktor Du bist nicht fertig. Du bist nicht fertig. Ich bin normal, du sagst. Ah, du kommst scheiß Roboter. Hey, du könntest noch da fucking geh ich. Wow. Oh my- Alter, spielegal. Damn. Ich bin normal. Ich denke, ich bin aber scheiße. Ich bin aber bloß. Ich bin aber der Schmutz. Ich bin aber sicher sicher, dass er den Schmutz aufs Leuchte gemacht sieht. Ist das so? Ich bin aber sicher. Ich bin da. Seit 10 Minuten probiere ich uns die Haktorina zu setzen und so ein Scheitern. Ja, shit happens, was war. Ich habe mich schon mit Haktorina stehen. Ich habe keine Ahnung, welchen Scheitern muss man machen. Das ist relativ nivellisch bei dir. Ja, ich kriege an dem Spiel auch wirklich nichts erklärt. Du musst alles selber herausfinden und das sind mega nervös. Ich bin nicht immer 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 nervös. Was mein Schwachwein? Chill du das mal. Oh, das gibt dick Beef aus. Ich bin nicht immer nervös. Beef-ehrisch. Okay. Beef-ehrisch. Doch so blöd das Schültehalle in die Hale. Da lefst du heute mal deinem Schültritt drüben und in den Hütten zwischen Monitfi und Nöss. Okay, gehen wir an. Oh, das ist schon ein Römm-Zoei. Oh, das ist schon ein Römm-Zoei. Oh, das ist schon ein Römm-Zoei. Ja, mein Name war auch noch besser. Oh, das ist schon ein Römm-Zoei. Das war krass. Oh, das war krass. Oh, das ist schon ein Römm-Zoei. auch schon gut und kotzen Weil er hat Geld, ja? Weil er doch noch Geld... Wow... Warum haben wir ihn von anderen Seiten zu kommen? Oh, ne, das ist auch noch immer so schwer. Oh, ne, das ist auch noch immer so schwer. Wo am I? Wow, was du dir gelass? Verstanden. Verstanden. Ah, das ist schwer. Ich mache schon die Wahl. Können Sie es in Alperbaum der Kölge nicht sehen? Und du bist dann umsperrt. Ich bin der Köln in der Köln. Es geht los. Willkommen zu Schönen. Das ist voll geil, ey, wie geil. Ja, stimmt, das ist nicht speziell falsch gekümmert. jetzt den finger oben wird man sich loben gut hier schreibt man ein nebenweg das hilft man natürlich schmengen haien in der industrie muss hier schon noch in den engen hier sind geht es nur in die Kalle die Situation zu hackt nicht so viel so lang Schaut mal vor, ob ich heute so direkt beginne. Ah, er ist in Angaben. Irgendeine Sprengkopsel. Oh, es ist mehr da. Aua! Ja, sicher! Wie kann ich da kommen? Wenn du schiefst, wirst du nicht mehr drauf! Wie Spaß denn? Hm, ich hab keine Angst. Ah, ich hätte den Nasch von der Scheibe, oder was? Oh ja, da ist doch schon drin. Oh ja. Oh, du kannst schon rennen gehen. Warum auch reden? Das ist so cool, das ist so. Das ist so cool, das ist so cool. Kann ich vielleicht ein bisschen drogen sein? Okay, interessant. Helm des Navigators. Okay, cool. Kommt den Helm. Ja, ich wacke den einfach nicht fertig. Er hat Explosionsschaden um 10% Fische, wo nicht Explosionsfisch geht. Graue Erholung. Graue Erholung. Okay. Können wir nachher passere ich erinnern? Hat er noch nicht gewählt, von dem kurde Schengen muss? Ich hab' den Donau da drauf gehalten. Huff. 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 Ich hab' den Tod. Ich hab' den Tod. Ich hab' den Tod. Huff. Ja, Highlight auch gut. Intonationsauslösung. Ah, das macht der fuck. Cool. Er erhöht Explosionsschaden um 15%. Explosionsfügt 288. Es ist Brandschaden. Im Laufe von 5 Sekunden hinzu. Ja, cool, wenn ich zum Besachen kenne, aber... Ich hab' keine Explosionsfähigkeit. Ich range, wo man Explosions... Äh, extra schön geht mit dem ukrainischen Omelette. Das bringt man echt. Lieber, Lieber, Lieber. Oh, mein Gott. Ich hab' den Donau direkt in den Ausgang. Ich bin nicht erwandet. Lieber, Lieber. Ich versteh' nicht. Ich hab' den Donau direkt in den Ausgang. Ich bin nicht erwähnt. Und dann... ...bei... ...und den ganzen Schraussprung entdeckt. Los, halt. Ja. Äh, dann höre ich aus. Ich hab' den Schrauss gezogen. Ja. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay. Du wirst die leichte Schüsse sehen hoffentlich Schöchst du sie jetzt Und sie nicht zu dumm fängt was zu treffen Was ist das denn? What the fuck? Oh ne Schöchst du das? Äh, Ionengitter kommen in der Natur häufig vor, wie z.B. als das Wälder verfolgt über einzelne Alternativen und absorbierende Eigenschaften wie Kristallenge, Impfen, manetische Energien und springen kaum auf, wenn man sich ver- und eine andere Flucht des Abstands, wenn man sich ver- ist. Und das ist. Und die Flucht des Abstands. Und das ist, dass wir hier in der Flucht sein, sondern es ist, dass wir hier in den Flucht aus der Flucht, die Flucht zu nehmen haben, das ist, dass wir hier in der Flucht Und Kevin schafft noch. Er schläft. Wie immer. Er schläft, ihr braucht doch schon rum. Ja, weißt du, wann ein Freyob steht, ne? Er schläft immer. Ah, das ist echt so. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja. Ja, 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 ja. Ja. Ja... Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Heer entholt es euch! Machiniert da Hering! Schon gefehlt, dass ich gleich schon Rimpf und Engmuth schwergegriffen hab. Alter, schlank hier mit dir. Hering und Smyre. Die Minster-Rimpf. Weißt du, was man auch spielen kann? Minecraft. Apex. Ja. Verschocken sie euch, sagst du. Smyre, ich denke, du drüber mal probieren. Das ist auch kein Problem, es schadet schon, ich installiert. Mir ist schon ne durch. Das klinge ich gerne vorbeieren. Ob man das hier kann. In eineinhalb Minuten schaltet sich die Erbung ein. Steht bei mir. Ja, das Zuckerrohr ist das. Ups. Oh ne. What the fuck? Schwierig, das war das Zuckerrohr. Okay. Okay. Was will das mit dem? Was sind wir die? Apex? Ich glaube Apex aus einer Level, ich werde Fortnite. Hätt das mich schnell... He 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 he, aber wir können nicht zu drei spielen können... Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Ich weiß es, im Wanderl hab ich gespielt und ich hab zu zweit gespielt, ich glaube. Okay. Und wie... Ich mache es, wenn ich ein Perz von Geist gespielt werde... Ich hab schon ein bisschen Loot Scheiße Ich fand's einfach geil, von meinem Geist und von meinem Mann schon die Geist noch gesehen und heißen immer Oh Scheiße, nicht schon wieder Ah, da hast du einen geflossen Und zwar steht ja 6 Reis, was muss man da zum Beispiel spielen Oh, mir das dauert noch Oh, ich geh schon nach einer Uhr Ah, mir müssen die Juden so wissen, keiner tut kein mehr Lust, um Dinge zu spielen in Call of Duty Fortnite zu machen, also kein Wurscht Muss man bis neu ist, und plus Apex ist gratis Apex, total schön Komm mal hin, mit Rocket League oder so, weil du äh Äh, muss ich mir Ja, Rocket League, muss ich mir auch Komm Komm Wuh, 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 wuh Ah, Mann, Junge Du musst das wie übertreiben, was ich nicht schnau Bis genau Das ist nur mein Schwer Another thing Oh, war es nicht wirklich, ich schw magari ja Ah, schluss. Was ist denn? Oh, warum hast du mich beschützt? Ach du, was ist denn? Oh, schluss. Oh, schluss. Mit dem werde ich nicht beflossen können, wo ich, äh, erstaunend sind wie viel das bei mir aus, wie viele Leute auf das Video klicken. Aber was das mit vielleicht Mod, ähm? Naja, ich kriege die Geo nur für die Views oder für die Follows. Okay. Aber nimm es bei bestimmten Spielern. Bei Call of Duty Mobile, du hundest die Mäschten. Das Spiel vielleicht nicht so für Leute, oder? Ja. Doch, also die Liga wird noch immer ins Film gespielt. Ja. Ja, die kann ich nicht spielen. Hä. Ja. 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 Ich kann das nicht tun, aber ich kann das nicht tun. Ich denke, wir sind knapp zu melden. Ich habe eine Schur hier noch einen. Schu-schu-schu. Ja, entweder ist halt oder etwas wiederum. Okay, jetzt geht's los. Benutze den Gegenstand. Verzauberte in deinem Inventar. Okay. 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 Ich hab den Geschichten ausgespielt. Oh, schädig. Oh, ich hab den Geschichten ausgespielt. Ich hab den Gefehlte von Hi-Ramen. Ich hab den Kopf gespielt. Das ist schwer. Ja, das ist mir schlimm, dasselho, die Gischt. Die Gischt ist weg. Ich lösch ein Highfire. Aber ich kann nicht auf einer Glas. Wtf. Glas. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, that's so. Das war's. Das war's. Wie viele von denen kommen durch? Vielleicht was auf Nosh kommt. Natürlich ist das für mich. immer schwer schon es steht da jetzt am jahr die kann Es geht los. Kohlefähigkeitspunkte. So. So. Gesundheit und Schmack. So. So schon auf Weebauern. Oh, das versteht uns. Oh, das machen. Färsch geht's. Ernst. Wo verringst du mir gefähes geht? So. 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 Oh, ich muss schwer. Ja, zumindest ist es vorbei. Das war's. großartig das hat ja immer das so viel Geld ich muss nicht auf dem richtigen Wesen ja da sind doch auch noch nicht Da kann ich den Topf, da kann ich den Ugel aufgehen. Warte, warum dann? Schau mal so einen Küschel. Ich meine, ich habe etwas Lackes hier im Mund gemacht. Das Spiel ist schon ein Update halt, gell? Ist schon, ist schon. Ah, schon das gesucht, das Spiel. Boah, schon viel, gleich am März gespielt. Ist schon immer schon. Oh, je, ist schon so müde. Ich finde ein wenig, weil ich verzehnte das nicht, weil es nicht so gut ist. Oh, da kommen wir mal in Spiel. Was ist das? Oh, nein. Oh nein! Aua! 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 Uiuiui! Überdreif nicht, Kollege! So, jetzt haben wir auch richtig Wege drin. Oh nein! Aua! 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 Das ist ein komisch Kust. Ohohohoho, ist er kommin? Um. Okay. 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 Ich finde es nicht cool, wenn wir schon die Gangkragel aufkommen, ob ich mal einfach 3G schnauern muss spawnen. Okay. Ich finde es nicht so schön. Ich finde es nicht so schön. Hier kommt. Oh m******t! Hallo? Ok, wir kommen hier, wir kommen hier, wir kommen hier, wir kommen hier. Wir kommen hier. Ok, das sind nun ganz gute W. Endlich gesehen ich mal ein Aufruf von Sascha. Ich hab den alten Ring nie gespielt. Kommtasch. Vielleicht krieg ich nicht immer noch, wie wir das spielen. Ja gut, das ist der Reihe von Dark Souls. Ich spiele das nicht. Oh mein Gott, ja, Dark Souls, ja. Ich bin noch mal stohlen, dass Kitten Dark Souls spielt, wenn du weißt. Ich bin noch mal stetsch. 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 Drei Stunden. Ich bin noch mal stetsch. Ich Marsh мног. Vielen Dank. 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 Yeah. Oh, okay. Yeah. Oh, okay. 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 Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Okay. Oh, 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 okay. In anderen Wobei? Modern Warfare Remastered Ah ok Ah, ich bin einfach auch gehalten, glaube ich Ja, das scheiß hier ist einfach, ähm, was ich fand Du kannst halt nicht... nicht rutschen Du hast halt gehoffet, dann Ich weiß, mit meinen Dingen ausrutschen, Mann Das sieht nicht gut aus Aber mir gebunden ist sie seit drei Sekunden mehr rum Hm Und ja, bestimmt dich Schatzruf Boah Scheiß Fass Mo Das ist wirklich ein Problem, halt immer so Ja, das sind zu blöd für Fass zu schneiden Jaaaa, Fähigkeitspunkt Ist gut Kann ich mich cool da einen Hof setzen Äh, hol Hm 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 Bitte, da doch wohl die scheiß Fasse Ich krieg die scheiß Fasse nie getroffen Das ist ein Problem, Matthias, ich weiß nicht. Okay, jetzt geht's los. Wir haben doch die erlebt, ja? Du nicht. Nicht einfach, nicht einfach heilgeschaut, wirst du mal. Ja, ich höre Musik schon, ich weiß nicht. Komm mal hin. Du helfst Schapuize feiern, du Wichse. Oh, das ist noch schlimmer als Isaac. Aua, 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 den du nicht voll anmeldenst. Oh, die Leute spielen nicht mehr mit Granaten. Ich weiß nicht mehr, die Motherfuckerin. Aua, Junge. Das war drei. Ja. Wie viel Granate willst du geheulen? Eh so, eh so, ja oder weh? Oh mein, Ani. Puh. Du wärst bei gestürmen. Dich, ich bin. Ma, Hallo? Ich wärst gehe hier, wo der, geh nicht nach. Ey, die Panna ist noch länger, grob. Leibnur. Da fliehen. ddp steh auf halb hast du noch nie lange geplant habe auch schnell von miliur geplant schau auf wie beck den sie schon neben spülen mit chris mit dem sie stirbt ja da doch war arsch gebäckt lef der schärsch und rammt musik also rammt überall gleich noch mit schießt du holen ich spieler ist ich spieler nicht was könnt ihr tun du Oh, das ist so ein Bick wie sein Mammo-Dogger. Oh, das ist so ein Bick wie sein Mammo-Dogger. Oh, ey. Junge. Überdreif mit dem Scheiß-Laser. Oh ja, was kann man denn nachsehen? Ich glaube, es ist so cool. Oh mein Gott, Babo ist schon 9 von 10 mal auf der Geschosse, bestimmt 11 mal denn hier. Es geht, Schack! Geht mir da nun. Jo? Jo, soll ich das auch noch bringen? Was ist das? Verdehnungskäfte. Es ist schon ein Verdehnungskäfte. Ah, okay. Oh ja, das war es schon. Okay, dann. Ciao. Ciao. Ich klicke unprofessional am Stream. Oh, komm an die Hände hier. Oh, 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 die Hände hier. Das ist schwer. Das ist das Spiel. Okay, Spaß. Wie kann ich da 25 Abschuss machen? Ich habe Di-ikon gehe nicht. Du, da ist Eis nicht zu verstehen. Ich spiele. Jaa, Mus-Ball. das indy kann doch fern das schlechner einfach mal akkwister mit dem e punkt von johann botter botter Über den Ring des Stelleguckers, kommt die Rung. Der Ring hat Fähigkeiten, Abklingzeiten um 15%, aktiviert eine Fähigkeit, kostet 15% Gesundheit. Lass du zwischneidig, das ist eigentlich nicht schlecht, aber auch scheiß. Trace, nein, für ein Level-Ferr. Ja, das war's. Jungen, ihr kennt auch mal einen Muni-Dropper, da ist schon kein Muni mehr. Das wär zu einfach. Ich bin ein Wälder, ich bin ein Wälder. Und ich bin ein Wälder. und erlöhnt nicht aus Versehen ein Granatgeschuss und ist ein dick guter Pro-Gamer noch mal auch nur ein Schiff Oh ich bin so getroffen! Papu ich bin so getroffen! Dick weid war schon da Oh ne Der Unterarm steht Ich war nicht was zu sehen, ich gehe campen Sie kommen Aber die kleine Mutter, die wut schießt Mann, schön, jetzt bist du schon... ...wut... WTF? WTF? Wer ist auf der Duel schon rum? Nee! We can't believe it. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Hektisch. Da komm schon mal alles laufen, ganz weh. Ich werde für so schöne Kill gehen. Ich schwirr, wunderbar. Schöner, ich bin nicht gern. Hi Scheiße, so am Spielen von der Schiffskanzler, ich habe den ganzen Stanz von Uff und Lauf. Zwei sind ein bisschen Monogationer, wie am... ...eichter wann, aber trotzdem... ...geist noch immer du. ...den Spieler wirst mich noch mehr Rosen für den anderen Call of Duty, den man überspielt. Spiel Call of Duty in Warburg. Keine Zipper-Vor, das Ding. Es setzt mir schon von der Nagel, spiel mir den alles an. Weil der das ist, das... ...this is the way. Nicht gut. Sollte sagen, dass ich jetzt so mega schwitze. ...eine... Also der Mod Creight, das war... ...munter angebracht. Nee, ist ja ja, wenn ich... Äh, das muss nur für kurz im Gewicht sind, weil er hat sich... ...er Stream nicht mehr kurz geäußert, der sagt, ich würde ja, ich will mich doch nur zu... ...nötgröss äußeren, ja, etwas bei mir angebracht gehen. hat er bestimmt findet es von zuschauer die kann er nicht einfach bei menge mann gebraucht gehen es wird ja von der schrift polis der presse an der trotz des presse das ist immer zum tommy lia man kann man anders in seinem sax tape ist da so geliebt von polis tiktok gesehen hat schau mal nicht so schau mich dann aus der drüber geschmacht wird ich meine es schadet ob tiktok gesehen hat die muhre ja muss auf tiktok gewünscht sehen schon wusste das ist der rein für die musik geschlagsstelle queen dringend ja natürlich da könnte schon remsi und eva munster feckte man ist nicht angegrutscht man ist nicht angegrutscht ich bin schon gekommen ich bin schon schock, dass es kommt ne lass mich mal trau die sterben wow heilige scheiße die tastatur ist auch ein schuss gestalt wie die jörner ist ja ein neuer tastatur? äh ne tastatur ähm mein controller ist ja im spiel auch ein schuss gestalt wie beim normalen kollektiv ich muss mich permanent im gewinnen die pietschenmeng noch einst du gehst du teier und du hast du hab'n da verwesst du ich bin extra bliecht an gestalt weil ich wusste das ist schwer werden selber bliecht an es schwer Das ist nicht das Geschenk zu spielen, ja. Mit Dachse holt es auch, du spielst am besten an der Babyversion. Also, ja. Kade. Dabei waren schon dick süßgereiche gemacht, ich wollte ganz auch eine Sache sagen. Kann ich noch irgendwie machen? Ja, aber wir gewonnen, man. Schon einfach, schon den Kielern, also. Wallabilla. Ich spiel eigentlich wie die Sims. Spät, dass ich werde. Oh, das ist ja richtig viel oder sexy, easy. Oh, ich war auch immer schon frei. Ich war schon normal beim Fitness. Hey, ja. Jo. Brutal. Ich bin Zingauer. Sind dann hier im Gange, sind dann nach... Stein auf dem Stab drohen. ...und dann mit dem Kummer ein bisschen weiter renoviert. ...und dann mit dem Bug ist zur Arbeit, weil ich ja den Kieler zuocken habe. ...und dann mit dem NDR Bind schaue mir mal rein. Ich bin dann mit dem Gange in der Kieler zuocken. ...und dann mit dem Kieler zuocken gekommen. ...und dann mit dem Krieger. ...und dann mit dem Kieler zuocken. und mehr auf mehr sie sich mit seinen ZD mit Klinik die Hälfte schon das ist gut ist durch lauf 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 um der liebe die hochkollegen war aber hol dich was den kohle stütte den schon mal zum abikaufen spielst du noch? ja gut ah stimmt ja ich komm doch nicht ins weg oh scheiße das ist auch ein Befundes von Internet ja die Bappel spielst du ja die Bappel ist ja bei mir am Dingendron Elven ja die Bappel hat die Bappel hallo du kannst nicht da davon kann ich nichts mehr tragen oder nicht in Sotok ich will schon immer uns drin ja die Vagina ja ich will auch nicht ob ich Knie bin oder nicht nehme ich schon mal geschlafen auto sind schon von der warme zu schlummer ping am bauch erwascht ist aufgestrahlt verladen es kann aber nicht sowieso weil ich hier nicht hier ist ich habe einen schönen Tag ich habe einen schönen Tag du kannst du dich du kannst du dich was ist der so nö nicht schon rum zu willst du mich verarschen willst du mich verarschen oh mein du klang du komm Komm zurück! Was für ein Slushbost du haben? Ich verstehe. Oh, mein Peter-Katze hat immer den kleinen Pistole. Du hast mich schon wieder, muss ich spüren. In High Call of Duty suchen wir alle wie den anderen. Ah, heute ist die Platzwisch gestorben. Stimmt. Es ist ein Krim, die egal, den Schandroulhafen an der Spahn der anderen. Das ist eine kleine, füße Pute. Ah, heute ist die Licht. Ich schaue mal, woher wir kommen. Ich schaue mal nur noch vollbaren Weltkampf. Du... Pardon. Ich bin einfach in der Bus-Room. Okay. Okay Da war zwei E-Stulner, dann entstehen andere Weh noch Viertens sind schon andere Weh gegangen, du war nur noch der Bus rum Von wo? Einzige sind ich da ein bisschen verwirrt Ich höre keine Hälschen Sind keine Follower, die ist doch keinem dabei, Chris Ja Also nicht die Anden im Package drauf waren, dann aber mal so Doch das sind doch noch wo Anden im Package drauf sind Oh, ich könnte kotzen Ich müsste es offiziell 22 zuschauen Wo kommt Jana dann hier? Ja Die sind auch bei, komm Über ein Package Wie viele Package hättest du so geholt, Mann? Wie viele die gute Package kostet? 10... 10... Warte, Moment, ich meine 35 Ich wäre ein Design für so viele Zuschauer Ja, ich wäre ein paar Zuschauer Ja, ich wäre ein paar Zuschauer Da ist ja was suspicious! So, dann war der... Obwohl ich keinen enkelen Starts-Rekord und mit Waffen obleveln, ehe ich schon der Busfuggen gehen. Da ist ja schnell an der Stadt... Pardon. So, jetzt sind wir mal hier in unserer City. Gucken wir mal, ob wir Upgrades können. Yo Meister! ich kotze im strah so, wird verbessern wir dann geschmiedetes äußerbäuerische DIVAV mach mal das mal und dann ein besserer Katana Upgrade machs gut was willst du jetzt? alles klar können wir es mal sehen beim Aufprall auf den Boden eine Energiebarriere ein Bündete können durch die Energiewand schießen aber gegnerische Projektilwerte absorbiert bis zu 500 erhaltenen Schad maximal der ist eigentlich ziemlich praktisch ok mehr kriegst du nicht ciao ja 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 Quäle mal, ich schläge den Bus auf. Ich bin gespannt, was ich da erwarte. Genug. Ich bin schon im dickeren Maul. Entweder könnt ihr mich mal spielen oder was auch immer. Und der Doki seid nicht nur mehr spielen, der Doki seid nur noch Ruppertaus. Oha. Oha. Der Doki seid nicht gut. Jo, guck mal dein Strahl, Alan. Oha, der ist so fies, den du Bus. Selly ist einfach Plakken versponnen. Und du stehst auf, als du das instant tot. Okay, ich kann nur den. Ich muss... ...Visitant Maul. ...Amena. Ich zählte Geld mit mir. Ich komme knapp so in Kampfarena. Dann habe ich zählte Plakkrimp. Was ich kölfe. Und geh mal rein. ... ... ... ... Das ist ein Mikro-Klis. Auaaaah! Blech! Okay. Okay. I'm just gonna come here. Das sieht nicht gut aus. Nooo, dann wird's ja bestimmt gekillt. Ich wusste, dass das ein UFO-Bus wäre. Ja, also, ist hier drei Stunden, ne? Drei Stunden. Ich werde den Lohwärfer kreieren. Oh, aber kurz drei Stunden. Sie sollten. Die Schuhle touchdowns gut genug. Geil die Tage. Die SchuhleThat benötig. Ils siehst nicht. Na. Siehst du am Ende. Siehst du siehst. Siehst du siehst? Siehst du siehst, siehst du siehst. Siehst du die Ziele in eine Saalung. Siehst du siehst? Das war's für heute. Ich hab's nicht so schwarzen Charakter. Pardon, das ist mir so egal. Nee, ähm... Ich hab's nicht so schwarzen Charakter. Ich hab's nicht so schwarzen. Ich bin so einst spätzig wie den Taliban. Wie im Taliban... Das war's. Nee, dadurch haben wir schon Rem gekillt. Scheiß Bulls. Ja, das war's. 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 Ja. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja. Die Schwierigkeiten. Nee, kurz für uns. Das ist der Fall. Das war's uhrstrengend. Come on, der weird Champion lebt noch immer für dich. Das zeigt dir eigentlich wirklich. Das ist der Fall. Ich bin der Gassel-V, Mann. Ich bin der Fall. Ja, dann habe ich wohl keine Chance, mich zu healen. Sie hat penetriert, ist so heftig. Du sohst hier drei Stunden. Ja. Ich will nicht gesehen. Ich will nicht gesehen, ich will nicht gesehen. Ich werde jetzt nicht so lange hier ausbauen. Ja, du klein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das war so unfair. Oh Gott. Oh Kimberley. Jesus Christ. Oh Gott, was du? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich denke, sie sind jetzt zu schießen. Der kommt doch. Nee! Nee! Warum? Okay, es ist cool, dass du stirbst. Fuck! Fuck! Mist! Fuck! Das ist so, dass du nicht gehst, was du sagst, was du sagst. Hast du den Schiff wirklich schwach gekillt, Mann? Ja, du hast doch so einen schlimmen Fass bei dem Bus. Ich habe einen Fortnite-Facken, als Papier lecken, dann halt Facken, als Bubaya den anderen losz. Nee, wieviel Damage mischt ich scheiß? Was habt ihr zu machen, die Bosse? Was ist immer so knapp? Was ist immer so knapp? Ja, oben links, rechts, in mir, unter mir, ne, wie denn alles, wie es dich versorgt. Wir sind überall. In mir, unter mir, über mir. Ich fahre mir doch gerade so. Du bist doch so eine kleine, fiese Püpp, Mann. Ich hoffe wirklich, den Mann, was er tatsächlich wirklich, wer hat das Ding, man, so eine Nache, ich fitte die Lose. Oh, komm, 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 komm. Die Jungen, die so bringen die leichte Spiele und die muss sich schon ein bisschen bewegen. Ja. Die Jungen. Das. Waaah, f*** ab! Oh. So läuft das. Du hast dich mit dem Falschen angelehnt. Haben wohl keine drei Stunden. Was zu machen? Nimm es die scheiß Mechanik und so viel Damage gemacht. Du wirst doch verarschen, Mann. F*** den Mann. Puh, das. Gott schaden. Was hat denn? Den Mann. V-V-V-V-V-V-V! Um die Niederlage. Weiiiiiii! Guck! Ich schnau, du schnau, du schnau, du schnau. Warum hast du nicht das Skolz? Wie steu. Ach, wir spielen halbasse wie eine Mahnerin. Vielleicht weil es keine Rutsche gibt. Wir haben Becken, das war irgendwie lange Huren. Ja, kein Dropshotter. Ich hoffe, er hat die letzte Schlüssel. Ich hoffe, er hat die letzte Schlüssel. Ist er die letzte Schlüssel? Das sieht wichtig aus. Ja, da hat die Schlüssel. Ja, da hat die Schlüssel. Ja, da hat die Schlüssel. Was stimmt denn? Bus hätte Kehrfeile gelöst. Was für Kehr ist das? Das ist schon mal ein Waffekehr. Nee, die sind doch Perle gelöst. Ah, du. Ja, aber. Herstellungsmaterial. Ja, ok. Ah, Luwesel, stell uns nicht hier Luw an. Wie geht's jetzt los? Das sind schon mal was für den Bunguru. Oh, es ist halt die Mappi, wir haben die Gehs noch von... Ja, ist schon die letzte Schlüssel. Du kommst heute, die Obmann. Du kommst dann zwischen den Tower. Dat ist gut, was wir machen. Wie ist das? Laufhin das Läsch Du bist angekommen Gehe weiter zum Lift Sobald du den Kern abgeschaltet hast werde ich Zugriff erhalten und den Hund retten Wegen der Energiereserve Was kommt der Bank? Er hat bei maximaler Gesundheit eine Chance von 25% keine Reliktaufladung zu verbrauchen Den Hund Oh mein Aber bist du mir so, oder? Ein bisschen ausgerutscht Das ist ein Electric Skimmer Über Jahrtausende suchten die Drusir die Antwort auf eine einfache Frage Sind wir Nehruf wurde erschaffen um diese Frage zu beantworten Ich um für Nehru zu sorgen Talrata führte Nehru durch den Strom von Raum und Zeit zu der Quelle von Energie in all ihren Formen zu Alepsis Taurah Die Anomalie war anders als in der Aufnahme massiver Umfang und zielgerichtete Zusammensetzung Sie schien chaotisch aber mit intelligentem Entwurf Talrata warnte die Suche Er führte Nehru zu den Toren des Himmels wollte jedoch nicht eintreten aber Talrata wurde überstimmt Die Sucher sahen in Alepsis Taurah das Ende ihrer Suche eine Antwort auf ihre Fragen und jetzt bin nur noch ich übrig Die Roots schicksal das schicksal aller Drusil die meine Hände die meine Hände Du bist im Kern angekommen nutze die Konsole um ihn abzuschalten Wenn du es geschafft hast erhalte ich Zugriff und kann Nehru retten die Snipe einfach ein schöner die Snipe von Call of Duty von einem Mare Call of Duty an der Snapdragon kommt hm Keine Ahnung das ist ein Hocker das ist ein Hocker Ich geh von einem Bus kommt auf den nächsten Ah ich geh von einem Bus kommt auf den nächsten Ah du du oh Klang hoher du stehst noch immer du hallo hallo what the fuck what the fuck was der Mann hat auf den Durchschluss oh 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 die Rätshundgewäsche oh mein Gott oh 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 ich oh ich Oh oh Aua, aua. Ja, sicher! Wie viel Damage möchte ich den Duel-Bus los? Und dann sind wir noch ein bisschen Pause gefühlt bis zum nächsten Bus. Du musst dich mal aufnehmen, nie? Du musst dich mal aufnehmen, du musst dich mal aufnehmen. nur nur denn Fangen, 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 Fangen! Mann! Na ja, du kleine Hura! Guck! Tobi frisst meiner Mutter ein! Ich stehe, dass die Busswolle schrie. Ich darf nicht mehr loswerden. Ich darf nicht mehr loswerden. Ah, da ist das Lasharisch. Das ist ja eigentlich auch noch viel, ich gehe da und mit dem Wurf sitzen. Kannst du mir dran haben? Kannst du da am Disco drüber heißen? Was? Kannst du da am Disco drüber heißen? Kannst du da am Disco drüber heißen? Ich finde da was gehört dann. Kannst du da am Disco drüber heißen? Ich bin da am Disco drüber heißen. Ich bin da am Disco drüber heißen. Ah, Jasmin. Ja. Ja, ich bin da. Ja, witzig. Warum? Es war so ein bisschen, witzig. Wir können sogar bei den Waffen... Ich bin gerade mega schlafen. Ich bin gerade mega schlafen. Ich muss mich nicht mehr schlafen. Ich muss mich nicht mehr schlafen. Bappel, kotzen! Ich weiß es nicht. Bappel, schau mal in der Zrecke. Okay. Dant landen. Okay. Wir sind nicht mehr schlafen. G�in, dünn. Dach. Ab, wie geht das ? Ich bin glücklich. Ab, wie geht das zum Beispiel? Ab, wie geht das? Bonna. Ab, wie geht das? Auf, wie geht das auf? Das ist nicht gut. 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 Dann ist es nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Vielen Dank.